In der geheimnisvollen Welt von Zimzala findet man die verzauberte Fili-Windmühle mit der einzigartigen Fili-Hexe Emeralda. Bewegen sich die verhexten Flügel, dann drehen sich auch die Zimmer in der Windmühle. Und mit dem magischen Zauberstab kannst du die Türen öffnen und den Kamin zum Leuchten bringen. Die Fili-Vici-Windmühle, nur von Simba.